Ich habe meinen Gefäßtstand! Ich habe den Gefäßtstand nicht verlegt! Ich stehe tausend Meter vorm Feind! Die kommt rein! Herr General! Hallo? Hallo? Was ist Meldung, Herr General? Was soll erschossen werden? Was? Wieso denn? Man glaubt, ich hätte meinen Gefäßtstand von Südosten vom Feindweg nach Döberitz im Westen verlegt! Wäre vernünftig, Herr General! Kommen Sie mit! Jeder Kontakt! Ich muss den Führer sprechen! In welcher Sache? Ich soll erschossen werden! Warten Sie hier! Wache 2? Verstanden! Herr General! Herr Hitler! Herr Hitler! Herr Hitler! Was geht hier eigentlich vor? Warum soll ich erschossen werden? Sie wissen von dem Befehl des Führers, dass ein Ausweichen nach Westen für alle ausdrücklich verboten ist! Offiziere, die sich dieser Anordnung nicht bedingungslos fügen, sind festzunehmen und augenblicklich zu erschießen! Wovon reden Sie? Meine Einheiten stehen seit Tagen in schwersten Kämpfen! Mein Gefäßtstand ist einen Kilometer von der vordersten Kampflinie entfernt! Weiter! Ja? Sehen Sie das? Ich verbitte mir Ihren schnatterigen Ton! Und jetzt tun Sie, was Sie nicht lassen können! Ich glaube, Sie sollten die Sache dem Führer selbst vortragen! Kommen Sie mit! Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenck noch eingreifen kann! Es ist unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verwenden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenck sei unwahrscheinlich? Wenck hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie denn alle verrückt geworden? Unglauben Sie im Ernst! Der Führer weiß das nicht selbst! Aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Kommen Sie, ich muss hier raus! Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Martin! Sie sind mein Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach gekommen! Der Militär hat mich verjogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprächtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicher und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Ich hätte gut daran getan, um Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Verräter, von allem Anfang an bin ich nur vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda, jetzt beruhig dich doch!